Mountaintopia, ancient mystical land, famous for its wide mountaintops, dangerous monsters and unimaginable treasures. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Projekt Circle Empires. So, keine Ahnung, ich habe es noch nie gespielt, laut, ja, leer, keine Ahnung. Also, ich muss unbedingt... Sound kann lauter sein, Musik, ja, Musik passt so, Musik passt so, ist gut, 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 wow, Wahnsinn, ui, Skalierung, ja, ist ganz gut. Dann wird das noch leiser. Okay, so, ja, keine Ahnung, ich würde sagen, ähm, tja, wir probieren das. So, also, äh, Spiel gewinnen, dann können wir Wajona verschalten, super. Wollen wir das noch einmal ein wenig, ein wenig Musik anpassen? So ist besser? Ja. Oder? Ja, ist gut. So, neues Spiel. Wollfamm, der Kriegsfürst. Tausend Nahrung, zwei Türme. Aha. Okay, ich nehme den ersten. Weiter. So, Monsterjagd. Gegner aufspüren, besiegen, um zu gewinnen. Hm. Ich mache mal das. Monsterjagd, super. So, Maugor, das Monster. Maugor ist ein riesiger Kriegshäuptling mit einer Armee-Rofpolde. Rofpolde. Dank seiner Größe hat er einen schlimmen Ruf. Ein Schlag mit seiner Riesenwaffe lässt Soldaten umherfliegen. Neun Kreise. So. So. Okay. Empfohlen einspüren für Spieler, die, äh, durchaus anspruchsvoll oder extrem. Ja, wir nehmen nochmal. Keine Ahnung. Ich habe das noch nie gespielt. So. Gegner aufspüren, besiegen, gewinnen. Wer ist die? Läufer. Okay. Aha. So. Was ist das? Lagerhaus. Lagerhaus. Wird zum Sammeln von Material benötigt. Ja, dann bauen wir halt eins. Warum laufen die... Okay. Ah. Hämmerer. Die stärksten Barbaren. Mit gewaltigen Hämmern. Preis, 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 Preis. Kürbis. Kostet 200 Holz. Okay. Und das? 150 Nahrung. Hi. Hi. Ist das cool. Okay. So. Moment. Menü. Ähm. Optionen. Sound. So. So. Und was machen wir jetzt? Okay. Moment. Ich klicke das mal an. Hier. Ah. 90 Nahrung. 300 Nahrung. 150. 50. Und hier haben wir einen spezieller. Okay. Okay. Was haben wir da? Ah. Monsterstärke 40. Monsterstärke 60. Ah. Die neuen Kreise. Okay. Okay. Gut. Wir werden irgendeinen aufspüren. So. Was kann man da noch machen? Ah. Ah. Fernkampfrüstung. Plus 2. Preis. Aha. Okay. So. Dann würde ich mal sagen. Die wird von Nahrung bezahlt. Und die da? Okay. Du brauchst ein wenig Holz. 100 Holz. Wir haben 160 Holz. Okay. Was ist der? Was ist der Axtwerfer? 300 Holz. Wahnsinn. Zusätzlich Schaden gegen Gepanzerte. Okay. So. Dann nehmen wir einmal. So. Die da. So. Und die? Ich will da rüber. So. Cool. Die schießen. Sehr gut. Super. Hey. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Was ist denn das? Okay. So. So. Kiste. Ein Frostgeist. Okay. So. Und was ist das? Ein schlafender Baum. So. Okay. So. Dann brauchen wir hier wohl auch welche. So. Wir nehmen einen Bogenschützen dazu. So. Drei Stück. Dann. 800 Holz. Wahnsinn. Brauchen wir das? Nö. Eigentlich brauchen wir das nicht. So. Die sammeln da automatisch weiter. So. 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 Feindgebiet. Stärke. 135. Monster. 900. Wahnsinn. Okay. So. Also. Wenn ich alle auswege und markiere, markiere ich die Bauern nicht. Okay. Hey. Der hat einen Ritter. Tada. Ich weiß, wie die stark erst die dann sind. Okay. Gut. Ja. Das werden wir dann machen. Gut. Bogenschützen. Dann. Axtwerfer. Super. So. Was ist das? Ritter. 40 Gold. Wie komme ich zu Gold? Mein Gott. Was ist das? Monsterpitz. Wenn er zerstört wird. Dann nehme ich mal ihn hier. Oh. Der kann aber weit schießen. Okay. Der kann da weiter zerstören. Sitz doch mehr ein. Okay. Ich habe zwei Kreise. Ja. Super. Super. Ein Zombie. Äh. Okay. Der ist wie ein Arbeiter. Gut. So. Dann hole ich mir die Monster da unten, würde ich sagen. Also. Alle hier. Kommen wir mal da rüber. So. Und dann. Da hätte ich gerne eine Mauer gebaut. Irgendwann will ich da eine Mauer haben. Da da da. Da da da. Da da da. Da 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 da. Da 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 da. 790. Gleich haben wir es. So. Mauer. Hier. Sehr schön. Alle meine Freunde. Runter. Super. So. Ja. Auch er hier. Sehr schön. So. Ich stelle mich mal hierher. So. Da brauchen wir auf jeden Fall wieder vier Bauern. Ah. Machen wir einen dazu. So. Dann würde ich sagen. Nehmen wir das Gebiet auch ein. 195 Monster Stärke. Und da 135. Wir holen uns das da. Genau das machen wir. Dann würde ich sagen. So. Das Ziel ist ja noch immer. Ich kann mich erinnern. Wir müssen irgendein Obermonster. Oh. Oh. Obermonster. So. So. Sehr gut. Ah. Das gefällt mir. So. Da stehen wir uns einmal da auf. So. Hier gibt es vier Bauern. Ein dazu. So. Da da da. Da da da. 940. Das ist schon ziemlich 900. Mhm. So. Gut. Das bedeutet. Wir bauen eine Mauer. Hier. Und da kommen wir nicht drüber. Das könnten wir noch erobern. Aber wir haben relativ. Naja. Wobei. Okay. Wir können ja hier aufrüsten. So. So. Dann nehmen wir noch ein paar Axtwerfer. So. Und normale Soldaten. So. Was können wir denn da machen? Ein Turm. Äh. Schaden 20. Ein Turm. Schaden 6 plus 7. Mhm. Schaden 20. Schaden 6 plus 7. Aber es ist ein Giftturm. Hey. Das produziert mir Gold. Das mache ich. Moment. Nochmal. Achso. Das kostet 500. Okay. Dann machen wir das. Dann machen wir das. Ein Giftturm. Äh. Ist ein normaler Turm. Und bauen wir den da her. He. 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 So. So. Dann normale Soldaten. Dann würde ich sagen. Hier. Zu den Waffen. Ja. Das ist ganz gut gesagt. So. Ein Reitschütze. Was ist das hier? Oh. 500 Gold. Was ist das? Oh. Katapult. Ritter. Super. So. Alle Soldaten von hier. Ich gehe mit den Soldaten von hier daher. So. Und mit allen Soldaten von hier gehe ich auch daher. So. Das wird jetzt super. Oh. Was ist das? Ein Eisjäger. Vereisen. 90% langsamer. Oh. Den will ich haben. So. Hm. So. Dann würde ich sagen. Alle die hier stehen. Müssen daher. Oh. Sehr gut. Nächster. Nächster. Wunderbar. 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 Hi. So. Dann nehmen wir das da. Oh. Ein Goblinarbeiter. So. So. Und währenddessen hole ich mal da. Sehr gut. So. Super. Du regierst. So. Ich stelle mich mal da her. So. Wir machen hier. Arbeiter. So. Was war da noch zum holen? Eine Bank. Da oben haben wir jetzt eine Bank. So. Weil Banken können wir nur einen pro Ring aufbauen. Glaube ich. Oder. Ja. Kann nur einer pro 500 Holz, 500 Nahrung. Ja. Super. Das geht. So. So. Was ist das? Oh. Feuerschaden. So. Feuerschaden. So. Dann hier. Gold. So. Den hätte ich gerne. Ein Heiler. Wunderbar. Den nehmen wir. Ne. So. Heilt der automatisch jetzt? Oder läuft der nur auf und ab? Oh. Der macht tatsächlich. Oh. Der macht tatsächlich. Oh. Wie cool. Der macht das. Ja. Wirklich. So. Zur Feier des Tages gleich zwei neue Ritter. So. Haben wir überall eine Bank? Eine Bank. Eine Bank. Nein. Da brauchen wir eine. So. Eine Bank hier. So. Da haben wir eine. Da haben wir eine. Gut. So. Schärfere Schwerter. Was haben wir da? Mauerwerk. Mhm. Lebenskontrolle. Verkauft. Extra Leben. Die wichtige Eier. Können ja Dinge mal liegen. Gehalten. Ja. Okay. Mhm. Was da alles noch gibt. Interessant. Okay. So. 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 Dann werden wir mit unserer wunderherrlichen Armee hier. Ja. Da gehen wir da rein. So. Wow. Der hält aber viel aus. Also. Der ist ja wohl der Hammer. So. Tod. Errungen geschafft. Ö. Errungen geschafft. Ja. So. Besiegt ist besiegt. Super. Oh. Cool. Willkommen in deine Schatzkammer. Aha. Mein Wohlstand. Ja. Oh. Wie schön. Super. Oh. Freigeschaltet. Super. Die schauen wir uns das nächste Mal an. So. Dann würde ich sagen. Das war's für die heutige Folge. Tja. Wir schauen. Vielleicht geht's morgen weiter. Haha. Bis dann. Tschüss.